Diese Song wurde aus der N-Track-Studio-App gebaut. Ja, sich zu beschweren reicht nicht aus, in einer Welt die Leute krank macht. Denn es ist genau das, was man heutzutage braucht, um zu funktionieren. Ja, sich zu beschweren reicht nicht aus, in einer Welt die Leute krank macht. Denn genau das ist, was alles das in dem System hier braucht, um zu funktionieren. Jedes Gespräch zeichnet Linien zwischen Menschen, keiner weiß, wie lange die Verbindung hält. Ich weiß nur, ich hab hundertprozentig Verbindung zu mir selbst. Ich kann in jedem Moment entscheiden, was ich tue. Wohin ich laufe, hoffentlich entscheide ich gut. Ja, sag, wenn es drauf ankommt, sag, was machst du? Wenn es drauf ankommt, sag, was machst du? Sag, was machst du? Wenn es drauf ankommt, sag, was machst du? Bis zum Ende bleiben, ist zwar relativ, doch ist zu hören, tut gut. Bis zum Ende bleiben, ist zwar relativ, doch ist manchmal zu hören, tut gut. Bis zum Ende bleiben, ist zwar relativ, doch ist manchmal zu hören, tut gut. Willst du Leute bekehren, willst du reden oder willst du vorwärts kommen, viel erleben? Und den Menschen, die du liebst, so viel wie möglich geben, von dem, was in deinen Träumen vor sich geht. Du kannst so fest anlauben, wie du willst, wenn du so fest anlaubst, wie es nur geht. Und angemessen handelst in deinem Innerz Zirkel, was bewegen. Komodo. Auf jeden, auf jeden, lass sie reden. Bis zum Ende bleiben, ist zwar relativ, doch ist zu hören, tut gut. Bis zum Ende bleiben, ist zwar relativ, doch ist manchmal zu hören, tut gut. Bis zum Ende bleiben, ist zwar relativ, doch ist manchmal zu hören, tut gut. Bis zum Ende bleiben, ist zwar relativ, doch ist manchmal zu hören, tut gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020